Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem Wettbewerden Let's Playway Metro 2034 Beziehungsweise Last Light Wir sind hier bei hässlichen Wurzeln Und sind hier Gerade auf der Suche nach dem überlebenden Schwarzen Wir haben ihn gesehen Aber ich will ihn nicht abschließen Ich hüpfe Alter, der kann sich unsichtbar machen Was ist denn das verdickt? Ja, wie gesagt, wir sind hier auf der Suche nach dem letzten Schwarzen Aber wir haben Gewissensbisse Also nicht so wie Anna, die einfach alle In ihr abwuchs Ich habe Angst vor den Lingen Ich töte sie nicht Ich weiß es nicht Er ist tot Der letzte Schwarze Jetzt ist er wirklich tot Oh, war doch nicht Oh 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 Das war's. Noch warm, guten Morgen! Sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück, gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Herr Sturmanführer, diese Gefangenen wurden am botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Reich ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, zehn Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Körper halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verrächtigt, fehlerhafte Gene zu verpleuten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Schädel! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant. Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh! Ich zähle bis drei. Eins. Die rote Linie lebe auf! Zwei. Lang lebe genossen Moskwin! Drei. Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Geht auf! Hier, nimm das Messer. Behauptet's. Ähm, du gehörst also zum Sparta, oder? Ich bin von der roteren Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Scheiß drauf. Halten wir zusammen, ha? Haha. Dabei. Ich verstehe, ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Heinz ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut. Also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Yes! Mist! Verdammt! Komm, siehst du die Rohre, das ist ihre Notfahrt, wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt öffnen sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt, die haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Pssst, wir gehen sobald der Aufzug weg ist. Wir sind hier wirklich in eine sehr schöne Situation geraten. Okay, also, hier stehen wir mit dem Ventilator voll. Okay, mein neuer bester Freund, wer doch im Mist, ich weiß schon, wie du heißt, aber egal. Okay, wir sind hier in eine sehr coole Situation reingeraten. Wir sind hier gefangen worden von den Faschisten. Und das sind über... Es wäre auch zu leicht gewesen. Nur nach oben, oder? Er hat mich allein gelassen. Oh, danke. Äh, der Feind, meine Feinde, siehst du ja das Kapitel. Ich dachte jetzt erst damit, ist der Schwarze gemeint, dass er unser Feind ist. Jetzt hör zu, du so, als würdest du eine verstandte kleine Mons. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt, vorsichtig. Hallo, hallo, hallo. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Das sind echt nette Kerle. Ich denke, das merkt man. Richtig sympathische Kerle. Ich weiß ja nicht, wie ich dem hier trauen kann von der roten Linie. Aber nun gut. Es ist immer noch besser, als hier exekutiert zu werden, weil mein Schädel nicht die richtigen Größen hat. So, okay. What? Drück mich nicht. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los. Aber nicht zu früh anfangen. Du kannst ein Messer benutzen, um den Gegner entweder zu töten oder nur auszuschauen. Los! Ja, okay, aber du kriegst mir immer... Ich dachte, ich muss das jetzt werfen. Okay. Wollen wir dem nicht helfen? Netter. Okay, äh... Drücke ich kurz... Um den Gegner auszuschauen. Beeilst du dich nicht? Es ist so verdammt feucht hier drin. Frag die Gefangenen. Gefangene 1.30. Hast du das Geräusch gemacht? Ich mach das jetzt. Nein, ich weiß nicht. Ich schwör... Komm schon. Schnapp ihn dir. Bevor du ihn danach tötet. Komm. Oh, der tötet ihn. Ich hab meine Neck getötet. Ich bin ein netter Kerl. Sieh mal, da ist ein Hebel. Erlöst die Leiter. Wo? Wo ist ein Hebel? Ich geh mal von dem aus, oder? Der große Grüne. Okay, danke, Bro. Okay, dann schauen wir mal, ob ich euch hier helfen kann, meine Freundes. So. Keine Ahnung, machen wir es hier ein bisschen dunkel. Boah, schau euch das an. Und du machst jetzt die Sicherung daraus, oder? Oh, oh. Kannst du da... Ja, jetzt komm. Dale hat es an. Super. Knocken wir den wieder aus. Leise, 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 leise. All ihr seid so verdammt. Dann wollte ich mal kurz eine Sache anmerken, weil ich kenne mir aus dem Mietro-Universum. Und zwar am Mietro-2035 gab es nämlich eine sehr, sehr geile Stelle. Wieso nehmen wir nicht eigentlich eine Waffe von ihm? Hey, ich sehe, bist du nicht hier. Du kannst doch sich selber um deinen Krampf kümmern. Ich meine, Mensch. Gar nicht Spoiler, weil den wird es ja in Mietro-Exodus leider nicht geben. Das passiert ja leider nicht auf Mietro-Last-Light. Aber schau mal, was ist das? Cool. Alter, auf wen oder was schmeißt du? Ihr Penner. Ihr Penner. Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben sie ihr nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit ihm. Ja, Herr Obertappführer. So, und die Wurfmesser nehmen wir uns mit, oder? Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Eins, zwei, drei. Du wirst sie wahrscheinlich nicht vermissen. So, wirf sie in dem Messer. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was steht hier Schönes. So, Pavel. Ich denke, damit wissen wir, was unser Freund heißt. Der Dode-Botanische Garten war immer ein tödlicher, verlassener Ort. Stalker haben ihn immer gemieden, selbst bevor die Schwarzen ihre Stadt dort gebaut hatten. Ich wäre die einzige Person auf der Welt, die voller Erwartungen dorthin ging. Aber dieses Mal waren auch ein paar Stalker vom Reich dort. Diese Volkspodesten verlassen sonst nie die Station in der Mitte der Stadt. Wonach sie suchten sie in der schwellenden Überriss des Gartens? Und warum hat Anna mir nicht geholfen? Millers Tochter würde doch niemals einen Kameraden verlassen. Was, wenn sie gefangen genommen worden war? Sie ist ein derber Wildfang und scheint mich bis ins Markt zu hassen, da ich nicht wie Hunter bin. Aber ich mache mir Sorgen um sie. Alter! Huh? Man fangt uns. Nett. Okay, dankeschön. Ich drehe lieber die Glühle. Ich drehe lieber die Glühle. Ich drehe lieber die Glühle aus. So, ob das muss mir nicht entdeckt werden. Sonst vergasen wir uns. Das haben wir gehört. Und... Ma'am! Aber dass wir die Leichen wegtragen, das geht nicht. Ja, okay, sie sind so tragisch, aber können natürlich dann auch unschön werden. Ich dachte schon, uns ging es schlecht. Ich bin doch still. Was haben wir da? Es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, die alle zu befreien. Das wäre super andecken. Ich weiß, ich weiß. So, was haben wir da? Hey, du hast es geschafft. Gut gemacht. Ein echter Herd. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmacht. Dieser Knopf in der Wand ist für das Intercom. Drück ihn mal. Verstecken! Verstecken! Einen Moment. Keiner! Fritz! Der russischste Name überhaupt, Mann. Ja, wo geht der jetzt hin? Okay. Bam! Lass uns raus! Lass uns raus! Da oben ist ein Schaltbrett! Damit kann man alle Zellen öffnen! Ich halte sie nicht mehr raus! Bitte! Ich will leben! Ich will leben! Schließen! Mach sie zu! Hä? Ich... Ja, ich will denen hier helfen jetzt erstmal. Jetzt chill im Wachtturm. Okay, oben im Wachtturm. Lass uns von hier verschließen! Ich komm zurück, meine Freunde. Also ich versuch's. Oh! Wir sind auf dem unteren Block raus. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier, fang! Oh, schöne Uhr. Ha! Diese kleine kleine Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können wir kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ihr Frischisch hat eine Granate. Du nimmst den unteren Weg. Ich gehe oben in den Weg. Könnte man theoretisch nochmal runterfahren. Okay, Leute. Also. Jetzt müssen wir gescheit fighten. Bevor wir uns jetzt aber hier in den Kampf stützen, machen wir jetzt nochmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's dann ja weiter mit LesbeMetro. Last Ride. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.